Sie kriegen drei Minuten, dann sind Sie weg. Drei Minuten? Ja, das schaffen wir. Los geht's. Im Osten und Westen, da laufen Glatzen rum. Sie haben keinen Abschluss und auch kein Studium. Ihr Chef heißt Jürgen Rieger, verteilt gern einen Triff. Und wer dumm genug ist, den nimmt der Rieger mit. Rieger, ab in die Zonne. Deine Partei schieße mir auf den Mond. Ihr Idioten, ihr Hörverboten, vor allem du mit dem Megafon. Das ist natürlich nur wieder schön polomisch. Ja, schön polomisch, ne? Wir machen auch schön polomisch weiter. Ich bin in die NPD eingetreten, weil ich der Meinung bin, dass die NPD ein gutes politisches Konzept hat. Ein Holocaust-Leugner, beliebt bei hohl und dumm, verbreitet gern Schwachsinn bei jeder Witterung. Er spielte gern Wehrmacht auf dem Eisenhof. Da freuen sich die Glatzen und auch dick und doof. Rieger, ab in die Tonne. Komm und geh einfach da, wo du lobst. Du Hexer und Körperverletzer. Und nimm sie mit, deine Wohlmann zum Mond. Rieger, du oller Nazi. Du bist und bleibst ein beschränkter Rassist. Ach, Jürgen, wir müssen bürgen. Höchste Zeit, dass du dich schnell vermisst. Die Neger haben ein Intelligenz-Quotient, die amerikanischen Neger von durchschnittlich 85 Prozent. Und das ist etwa die Hälfte zwischen Schwachsinn und Normalbegaben. Ach, Jürgen, wir müssen bürgen. Höchste Zeit, dass du dich schnell vermisst. Höchste Zeit, dass du dich schnell vermisst.